um jetzt hallo hallo übrigens ist es weiß was mir aufgefallen ist du bist mal viel lauter als der Rest wenn du Prozent Prozent also auf den Videos vielleicht musste da ein Lautstärke und Schrauben ich habe meine Köln auch gleich mal das ist übrigens super zu besprechen werden erledigen bei Lüben die Köln so wie es wird wieder aber ein Haus ist hochgegangen das ist schlecht jetzt geht er mal ausleuchten Welt verlassen jetzt die Häuser und ab ob ich glaube ich mach mal Weg und Laternen damit sie nicht explodieren Oder damit keiner spawnt. Jo. Ja, und das ist mein Haus. Letztes Mal habt ihr ja bei Raffi zugeguckt. Und jetzt wieder bei mir. Wem es noch nicht aufgefallen ist. Ja. Ist gut. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt hab ich ein neues Haus, aber ich hab's neu geworden, aber das erkennt sie nicht als Ehre an. Na ja, das wundert mich auch nicht. So wird... WTF hier ist schon wieder einer hinter mir gewesen. Und ich hab's nicht mehr gemerkt, dass das hinter mir war. Ja, dann hast du eine schlechte Auffassungsgabe. Glückwunsch. Wie soll ich die Laternen machen? Wunderschön. Au. Nichts mehr mit dem Maus zu tun, das war einfach wunderschön. Wir sollten hier mal den Rest ausleuchten, oh. Ich glaub, Alter, das war mein Scheiß. Warum hast du das weggemacht? Weil das sieht scheiße aus. Weil das scheiße aussieht. Wenn du sprichst richtig deutsch. Nein. Kannst niemanden dazu zwingen, vernünftig deutsch zu sprechen? Was? Warum habt ihr hier Never-Hitstein hingemacht? Keine Ahnung. Netherstein. Du meinst Nether-Walk, weil ich die gerade hatte. Achso. Ich dachte auch immer, du bist grad runter. Nicht, dass ich dachte, irgendwie hat er sein Geheimlager jetzt. Nö. Scheinlich. Ich hab für was für die Verbergen, Justus. Nur ich. Dein Haus ist mit Abstand das schönste, was es gibt. Finde ich auch. Allein du Gitter hier. Guck, guck dir die Gitter an. Oh, das ist egal. Guck, durch das Gitter ist voll authentisch. Super. Oh, ich hab zwölf im Ralde. Und ich weiß nicht, was ich mit uns machen soll. Scheiße. Handeln? Ja, für was? Keine Ahnung. Such dir was aus. Für Scheiße. Ich geh mal zu diesem Schweinepriester. Ne, war nur ein Priester. Der gibt mir nämlich Glowstone für Immeralde. So, ich hab dem jetzt ein bisschen was abgekauft. Jetzt dürfte gleich schön happy werden. Und dann kann ich dir was anbieten. Geil für sieben. Ich würd mir ja die Erläuterung aufheben für den Punkt, wo du selbst aufnimmst. Sonst, äh... Ja, der hat sich wie niemand angehört. Ja, der hat jetzt ein neues Angebot für sieben. Immeralde kriegst jetzt bei dem in der Auge. Das ist ganz toll und mir egal. Das nützt uns jetzt keinem was. Naja, äh... Geht... Äh... Äh... Ne, einen hab ich noch. Ein wollte der nicht. Oh. Telefon. So. Warum ist da... Warum sind da ein... Warum ist da eine Tür in der Mauer? Ich frag mich, ob es irgendjemand sehen will, wie ihr Zeug aus Amino holen oder nicht. Nö, ich glaube er nicht. Na, toll, äh... Sollten, wort nicht alles, was es tut, aufnimmt der Köln. Na, ich würde dann sagen, dann sollte man möglichst andere einfach aufnehmen. Ja, einer geht Minen, da stimmt auch, und dann kriegt er vielleicht einen Anteil oder so. Wenn man, wenn man, wenn man, was ist, aufhören. Ja. Hab ich noch nicht mal, was gibt. Ja, du Raphael. Ja, das wird typisch. In der Schule früher hast du auch nie was abgegeben. Warum auch? Ganz im Ernst, warum... Warum sollte ich... Oh, die Spinnen kommen über die Mauer drüber, das kotzt an. Ja, wir müssen da noch was drüber ziehen, dass sie nicht mehr rüberkommen. Aber solange wir die Mauer noch nicht mal fertig haben, lohnt es sich sowieso nicht. Ja, und Malte wollte das ja machen, der ist, wie gesagt, nicht da. Ja. Gut, ich gehe dann mal in den Untergrund und ein bisschen Steinen sammeln, damit wir die Mauer fertig machen können. Und ich denke, wenn man in den Untergrund geht und aufnimmt, dann halt nicht so lange. Ja. Wäre jedenfalls für die Zuschauer, glaube ich, netter. Wenn ihr dazu was sagen wollt, schreibt es doch in die Kommentare. Falls ihr mal zu Videos welche haben sollten. Was sieht das scheiße aus? Das ist echt scheiße generiert hier. Kartoffeln! Juhu! Ich brauche eine Eisenschaufel. Soll ich euch mal zeigen, wo Malte wohnt? Ich weiß es schon. Ach ja, weiß ja nur Raphael nicht. Nee, Raphael zeige ich das nicht. Malte bringt dich um. Oder was würdest du mir dafür bieten? Das ist gar nichts. Malte bringt dich um, wenn er wieder da ist. Nur wenn ich es ihm zeigen würde. Aber für nichts mache ich das auch auf keinen Fall. Boah, sind hier viele Siedler wie wir. Ja, das geht. Könnten eigentlich ein bisschen mehr sein, wenn sie Eisen-Golems haben. Das wäre schön. Bauen sie dir doch selber. Ja, nein. Dann müssten wir nicht immer die Dörfer verteidigen. Das Dorf verteidigen. Ja, dann baut ihr doch die Eisen-Golems selber. Hab ich genug Eisen? Oh, er weiß vielleicht, dass ich nicht genug Eisen habe. War es vielleicht von meiner Truhe? Nein. Du hast gesagt, dass ich nur gefakt habe. Hab ich genug Eisen? Du bist selber schuld. Ja, hätte ja auch sein können, dass ich nur gefakt habe. Nein. Ah, stimmt. So was mache ich nicht. Nee, du doch nicht. Das ist sowas, was ich mache. Ich habe mich nicht. Ich habe mich nicht. Sand schaufeln. Es gibt nichts spannendes. Oh, so viel Reis. Eisen ist hier. Das ist so krank. Boah, wie ich's hasse, dass ich über mein Headset keinen Ton mehr habe für die anderen Programme. Wieso? Ich krieg das nicht eingestellt, dass ich da noch Ton hab. Das ist aber auch erst seit kurzem so, also vor ein paar Wochen war das noch ganz normal und jetzt funktioniert es nicht mehr. Das ist schon normal. Ja, ich hatte ganz normal Ton auf dem Headset von den Programmen. Und selbstverständlich... Wie, das Wort normal bin schon lustig. Was ich nicht verstehe, Malte, ist ja, ähm, ähm, Urlaub oder sowas. Ne, der ist bei Freunden, äh, nein, bei Vater, glaube ich. Da steht, Flying is not enabled and is server. Bin ich geflogen? Okay. Das war lustig. Ist die Aufnahme jetzt unterbrochen? Nö. Die haben die IP gesehen. Ja, die blende ich noch mal aus. Ja, wäre nicht schlecht. Nein, das ist noch aus, sodass du das gesagt hast. Nein. Professioneller. Professioneller, du. Verdammt. Du bist lustig. Ich sage, verdammt, ich weiß, ob ich nicht rede. Ich vergesse, dass ich selbst gar nicht mehr hochkomme. Ja. Traurig. Wäre aber ärgerlich, wenn wir jetzt zig Leute auf unserem Server hätten. Und zwar dauernd. Ja, wahrscheinlich würden zig Leute auf unseren Server gehen. Ja, wir haben neun Abonnenten. Echt? Ja. Mach mich ein 10 Abonnenten-Smashel. Oh nein. Ja, und zwei sind aus meinem Schachkurs in der Schach AG. Am allergeilsten wäre es ja, wenn wir so ähnliche Sachen machen würden, wie Videogame-Ducky, kennt ihr den? Nö. Der macht so geil, weil Videos... Riechsch-scheiß ist der. Ja. Ich kann doch gleich League of Legends das Plane, wenn du Lust drauf hast. Leak. Aber egal. League of Legends, so meinetwegen. Vor allem, glaube ich, eignet sich das dafür nicht. Aber... Trotzig der Typ ist so geil, irgendwie, weil... Der macht immer irgen total dumm scheiß und redet dazu total dumm scheiß. Dazu gehören, davon kann ich noch ein von der Sorte redet, hat vorn noch geredet. Lustig lustig, aber vor allem, äh, ich muss weiter meine Werbung machen. Äh, wenn du dir... Der reizt ist, keine Ahnung, ob der irgendwie scheiße im Kopf ist, oder ob der das mit Absicht macht und verdammt nie ist. Wir sollen jetzt hier nicht in Let's Play for another player werden. Es kommt nicht gut. Es ist kein Let's Player, du Idiot. Was ist das dann? Typ, der spielt und sich darüber lustig macht. Du kannst so kurze Clips... Äh, äh... Kommt vielleicht mal in die ansonsten mal leeren Schreibung, was ich mal scheiß. Äh... Könnt nur machen. Ja, was sind die Beschreibungsschreib... Nein. Mit der Beschreibung aus Beschreibung wird auch unnötig. Finde ich nicht.